Natürlich sind viele Bereiche involviert. Ich habe sie eben aufgezählt von der Infrastruktur bis zur Wirtschaft, bis zur Bildung, bis zum Arbeitsmarkt und so weiter. Aber es ist ein so übergreifendes Thema und so entscheidend für die Zukunft unserer wirtschaftlichen Entwicklung, dass wir da wirklich einen ganz starken Durchgriff brauchen. Der Arbeitsmarktexperte Enzo Weber hier im Brandeins-Podcast im September diesen Jahres. Was er so wichtig und entscheidend für unsere Zukunft findet, ist die Digitalisierung. Und damit sind wir auch schon direkt beim Thema. Los geht's. Der Brandeins-Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Ich bin Christian Bollert und wir schauen ja regelmäßig darauf, wie Digitalisierung und künstliche Intelligenz unseren Arbeitsalltag und die Wirtschaft verändern. Frauke Kreuter und Christoph Horn finden das Thema Digitalisierung so wichtig, dass sie es zum zentralen Thema ihres Podcasts machen. Denn sie schauen in Dig Deep, Neues aus der digitalen Welt, auf neueste Entwicklungen und Trends. Bei Dig Deep, der wie dieser Podcast hier Teil des Brandeins-Podcast-Netzwerks ist, kommen zwei unterschiedliche Perspektiven zusammen. Denn Frauke Kreuter ist Professorin für Statistik und Data Science in den Sozial- und Humanwissenschaften der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Und parallel dazu leitet sie das Social Data Science Center an der University of Maryland. Und Christoph Horn ist studierter Physiker und Mathematiker, Gründer, Investor und Vorstandsvorsitzender der Sparte Automotive and Transformation beim Beratungsunternehmen Umlaut, das zu Accenture gehört. Frauke und Christoph schauen also immer aus wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Perspektive auf Themen aus der digitalen Welt. Und ich freue mich sehr, dass beide hier im Brandeins-Podcast zu Gast sind und sag Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu Dig Deep. Ah nein, wir sind die Gäste hier. Hallo Christian. Deutschland-Pakt, Beschleunigungspakt, Online-Zugangsgesetz zur flächendeckenden Digitalisierung, das sind nur einige Schlagwörter der letzten Wochen. Offensichtlich hat also auch die Bundesregierung die Notwendigkeit erkannt, dass Deutschland schneller digital werden muss. Eigentlich ja schon steht das auch alles im Koalitionsvertrag. Erleben wir gerade jetzt doch irgendwie den Anfang des ganz starken Durchgriffs, wie ihn Enzo Weber am Anfang dieser Podcast-Episode gefordert hat? Naja, die Digitalisierung ist ja schon lange kein Neuland mehr. Als wir vor sieben Jahren angefangen hatten mit unserem Podcast, da war dieser Spruch von unserer damaligen Bundeskanzlerin ja noch total lustig. Und heute ist er nicht mehr lustig. Wir sind aber an vielen Stellen im öffentlichen Leben erstmal gar nicht so weit gekommen in dieser Zeit. Aber in der Wirtschaft aus der Welt, in der ich jetzt unterwegs bin, da haben wir natürlich massive Veränderungen in den letzten Jahren gehabt. Und dort sind wir mit Sicherheit nicht am Anfang, sondern mittendrin in der Digitalisierung. Ich würde das eigentlich für den öffentlichen Sektor schon auch so sehen, dass da im Moment ein ziemliches Durchstarten-Gefühl sich breit macht. Zumindest wenn ich das als schwachen Indikator die Anfragen an jemand wie mich oder unser Team für Weiterbildung in dem Bereich oder wirklich mal verstehen, was kann man denn mit den eigenen Daten machen geht. Also das nehme ich schon wahr. Ihr habt diese Schlagwörter angesprochen, Neuland, wie es Frau Merkel mal genannt hat. Manche haben auch am Anfang irgendwie so vor ein paar Jahren noch von Hype gesprochen. Aber wo stehen wir denn jetzt wirklich am Ende des Jahres 2023? Also kann man das irgendwie festmachen auf einer Skala? Ja gut, es gibt auf der einen Seite jetzt ganz große Trendthemen, die so ein Indikationsmuster geben. Also wenn wir uns das Thema generative KI anschauen zum Beispiel, das ist das Hype-Thema des letzten Jahres gewesen, also genau ein Jahr her. Im November letzten Jahres ist nämlich dieser JetGPT auf den Markt gekommen. Dann kann man schon sehen, wo sich denn Deutschland einerseits in der Forschung befindet. Ziemlich gut dabei. In der Anwendung, aber in der Industrie oder auch in den eigenen Plattformen nicht so richtig. Und da sind wir mit Sicherheit nicht unter den Top Ten weltweit, was denn tatsächlich dann das Bereitstellen von diesen Plattformen, das Monetarisieren von diesen Plattformen angeht. Das heißt also, diese erste Phase, dass alle Dinge digital werden, dass überhaupt die Daten vorhanden sind, da sind wir gut durch. In allen Firmen wird Teams genutzt. In allen Firmen gibt es nicht mehr Data Lakes, sondern es ist Normalität geworden, dass alle Daten verfügbar sind. Und bei dem, was jetzt neu dazukommt, was jetzt die neue Geschwindigkeit ausmacht, da sind wir gut in der Anwendung, aber eben nicht vorne mit dabei, was dann wirklich die Firmen angeht und das Bereitstellen von diesen Tools. Na, was fehlt uns denn aber, um, ich sag mal, in die Top Ten zu kommen? Also wo drückt denn der Schuh? Also in der Wissenschaft wird auch diskutiert, dass der Schuh tatsächlich drückt bei genügend Rechenkapazitäten haben. Das ist sozusagen an der vordersten Front der KI-Entwicklungsschiene oft ein Thema. In meinem Alltag, vor allem in der Zusammenarbeit mit der öffentlichen Verwaltung, habe ich aber das Gefühl, es drückt auch ein bisschen daran, die Leute, die tatsächlich dann davon betroffen sind und Dinge umsetzen müssen, wirklich mitzunehmen. Also wir haben neulich beim Staatsarchiv in Bayern eine Weiterbildung gemacht und einfach den Archivaren, die da entscheiden müssen, dass sie, was archiviert werden soll, was in 500 Jahren vielleicht noch relevant ist, dass man sich dazu, wenn es zum Beispiel mit Justizakten zu tun hat, sich anschaut, wie die Verteilungen aussehen. Und dann gab es diesen wunderschönen Satz, der so hängen geblieben ist, da können wir ja Entscheidungen ganz anders treffen und mit einer Begeisterung, ja. Aber diese Nähe zu den Daten und das, was eigentlich möglich ist, die muss man erstmal herstellen. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute, die tatsächlich dann die Arbeit umsetzen müssen, oft nicht mitgenommen werden. Und dann bleibt es auf der konzeptionellen Ebene und dauert ganz lang, bis sich alle dran trauen. Wie kann man denn diese Nähe besser herstellen? Also in meiner Erfahrung muss man sich wirklich die Zeit nehmen und Brücken bauen zu denen, die den Tech- und Computer-Science-Jargon nicht kennen und zeigen, dass das Umsetzen tatsächlich gar nicht so schwierig ist, dass es eben viele Tools schon gibt. Aber das braucht Zeit von sehr interdisziplinären Gruppen und an denen nehmen sich viele nicht. Das ist mein Eindruck. Also brauchen wir sowas wie Übersetzerinnen und Übersetzer, die da so ein bisschen vermitteln? Für den Bereich, den ich beurteilen kann, ja. Christoph, wie siehst du das? Ja, in den Firmen ist es eigentlich ganz ähnlich, dass wir auch in den Firmen ja ganz unterschiedliche Sichten auf so ein Thema haben. Wir haben ja eine große Diskussion immer wieder, ist dann die KI eine Bedrohung oder eine Bereicherung? Und es ist gewissermaßen beides. Und jede Firma besteht erstmal aus Menschen, die Entscheidungen treffen, die irgendwas anwenden müssen. Und auch da ist es eben so, dass man diesen Hype KI oder diese Themenwelt, die man von draußen bekommt, erstmal übersetzen muss, kennenlernen muss. Und das machen die Firmen auch sehr gezielt inzwischen, dass sie eben Räume schaffen, in denen die Mitarbeitenden tatsächlich ausprobieren können, wie geht denn sowas mit KI zu arbeiten, dem Versuche gestartet werden, in dem teilweise aber auch ganz bewusst eben neue Einheiten geschaffen werden, die mit den alten gar nicht so viel zu tun haben, weil sie entkoppelt sind. Warum? Weil viele Menschen natürlich erstmal aus der Angst, das könnte mich bedrohen oder könnte zu viel Veränderung sein, das würde erstmal zumachen. Also die Firmen sind sich dessen bewusst. Das ist kein neues Vorgehen. Also das hatten wir bei dem Thema Startup und Corporate zum Beispiel auch schon mal. Und in solcher Weise geht man auch wieder ran. Das Hauptthema ist wahrscheinlich die Geschwindigkeit. Sind wir schnell genug, um uns mit den Themen zu beschäftigen und sie auch entsprechend anzuwenden? Wo hakt es denn da bei der Geschwindigkeit? Na gut, wir haben natürlich auf der einen Seite eine Anforderung in Unternehmen, dass Dinge sicher ablaufen, dass die Qualität da ist, dass Prozesse eingehalten werden und so weiter. Das, was wir jetzt erleben, sind aber Themen, die ganz andere Vorgehensweisen an vielen Stellen herfordern. Das Zweite ist, wir hatten es über das Thema Daten schon gehört, auch bei Frauke, auch in Unternehmen ist es nicht so, dass immer alle Daten frei zur Verfügung stehen, dass alle Daten zusammen an einem Ort sind und so weiter. Also es braucht ganz viele Hausaufgaben, die gelöst werden müssen. Und es braucht auch schnelle Entscheidungen und mutige Entscheidungen, in Themen reinzugehen. Und das ist vielleicht nicht unbedingt immer die Stärke der deutschen Firmen. Frauke Kreuter, Professorin für Statistik und Data Science in den Sozial- und Humanwissenschaften und Christoph Horn, Manager beim Beratungsunternehmen Accenture, hier beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen in dieser Folge natürlich noch weiter über die Notwendigkeit, die Herausforderung und auch die Chancen von Digitalisierung und auch ganz konkret von künstlicher Intelligenz, wie bereits angesprochen. Ihr beiden eine aus meiner Sicht sehr hörenswerte Folge eures Podcasts ist das Gespräch mit Judith Simon. Sie ist Professorin für Ethik in der Informationstechnologie an der Universität in Hamburg und Mitglied im Deutschen Ethikrat. Und sie spricht bei euch darüber, wie der Ethikrat das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine sieht. Ja, du hast recht, das ist eine sehr spannende Folge gewesen. Und sie war insofern spannend, weil wir diese Aufnahme kurz nachdem ChatGPT veröffentlicht wurde, gemacht hatten. Das war so ungefähr März oder April letzten, also diesen Jahres. Und vier Monate davor kam ChatGPT raus. Das klang für uns eigentlich als Antwort des Ethikrates auf diesen wahnsinnigen Hype um diese starke Veränderung in der KI-Landschaft. In Wirklichkeit war es ganz anders. Denn der Ethikrat hatte sich schon seit zweieinhalb Jahren damit beschäftigt. Basis war eigentlich die Digitalstrategie schon der vorgehenden Bundesregierung. Und man sieht daran, wie schwierig es ist, tatsächlich diesen gesellschaftlichen Diskurs, den wir brauchen, wie wollen wir damit umgehen, was soll das für uns bedeuten, wie wägen wir den Datenschutz gegen die Innovation ab, diese ganzen Prozesse wirklich im Gleichtakt zu machen mit einer technologischen Entwicklung, die unfassbar schnell geworden ist. Und das war sehr spannend zu sehen. Und letzten Endes ist das noch ein Randtasten. Also da ist noch das letzte Wort nicht gesprochen, aus meiner Sicht. Wie schaffen wir denn diesen Gleichklang von gesellschaftlichem Diskurs und technischer Entwicklung? Also du hast ja schon beschrieben, da gibt es einen systemimmanenten Problemfall, nämlich die Technologie ist eigentlich sehr, sehr schnell. Das ist erstmal nichts Neues, dass neue Technologien ja erstmal uns in gewisser Weise überrollen oder überfordern. Ich würde mir zwei Sachen eigentlich wünschen. Das eine ist, dass wir sehr viel darüber sprechen, sehr viel erklären. Also ich glaube, Information, auch eine korrekte Einschätzung, eine realistische Einschätzung ist erstmal ganz wichtig. Es gibt immer diesen Hype-Cycle, den hast du auch schon erwähnt. Und der Hype bedeutet, es kommt was Neues drauf und alle sagen, wow, was passiert denn hier? Sensationell. Die Erwartungen schießen ins Unermessliche und dann fällt alles in sich zusammen, weil es ja doch wieder mal nicht kommt. Und das ist ganz gefährlich, denn die Entwicklung geht ja wirklich weiter. Und ein realistisches Bild verhindert, dass man dann wieder sagt, naja gut, wird schon nicht so sein und dann dabei verschläft, was dann alles noch kommt. Das ist dieses eine, also Wissen, Kompetenzen aufbauen, vermitteln, darüber sprechen. Das zweite ist eher eine Geisteshaltung. Ich habe mal einen ganz guten Satz in einem Interview gehört, der hieß, für Zukunft bin ich gar nicht so. Das war eine Anwohnerin, die sich gegen ein Digitalisierungszentrum hier in der Gegend von Stuttgart ausgesprochen hatte. Und das drückt so ein bisschen aus, unsere ambivalente Haltung zu allem, was neu ist, was nach vorne geht und so weiter. Und ich kann immer alle Themen natürlich nach vorne als Risiko wahrnehmen. Oder ich kann sagen, das ist erstmal eine tolle Chance und lass uns dann auch realistisch anschauen, welche Risiken wir vielleicht managen müssen oder auf welche Aspekte wir schauen müssen. Aber erstmal lass uns gucken, was können wir da rausholen. Und das würde ich uns wirklich wünschen, dass wir da viel positiver in die Zukunft schauen und Dinge nutzen. Stichwort Erwartungen. Also vergangene Woche habe ich hier im Brandeins-Podcast mit Nils van Quakebeke, Professor für Leadership and Organisational Behavior an der Kühne Logistics University in Hamburg gesprochen, über den Einsatz von KI bei moderner Führung. Und er geht davon aus, dass KI schon in drei bis zehn Jahren nicht nur die gut strukturierten und sich wiederholenden Aufgaben übernimmt, worüber ja jetzt im Moment relativ viele Leute sprechen, sondern eben zunehmend auch Strategie oder Menschenführung. Ist das aus eurer Sicht ein realistisches Szenario? Ich habe das mit Interesse bei euch auch im Heft gelesen und habe ein bisschen darüber nachgedacht, kann mir das für manche Dinge tatsächlich gut vorstellen. Die Beispiele, die da genannt sind, dass ein Bot aus dem Bildschirm auch mal naheinlegt, vielleicht eine Pause zu machen oder die Arbeit vorstrukturiert. Ich glaube, da verschwillst Führung und Assistenz. Und ich sehe meine Rolle als Führungskraft auch oft in dieser, dass ich nämlich assistiere, denen, die ohnehin schon gute Arbeit machen. Aber es gibt Aspekte, bei denen ich mir nicht so sicher bin, ob sie gut funktionieren. Wir haben das in allen Bereichen, wo man versucht, Entscheidungen zu skalieren, immer wieder ein bisschen das Problem, dass man ja von historischen Daten auch lernt. Und wenn sich da Präferenzen ändern, neue Strategien entwickeln, dann sind die historischen Daten nicht immer unbedingt die besten. Und an dem Teil bin ich mir nicht sicher, wie gut das funktioniert. Wir sehen aber tatsächlich in den Firmen, Frauke, dass sich die Firmen intensiv damit beschäftigen. Und es gibt erste auch, bei Tesla mukelt man das, die sagen, kommen diese ganzen klassischen täglichen Entscheidungsprozesse, wo wir irgendetwas makeln müssen, etwas matchen müssen. Der eine hat Ressourcen, der andere braucht Ressourcen, der eine hat Budget, der andere braucht das und so weiter. Da sehen wir tatsächlich, dass KI-Entscheidungen mehr und mehr ausprobiert werden. Und es ist gut vorstellbar, dass da, wo nämlich das Feld relativ klar übersichtlich ist, wo es nur um Daten geht, die interpretiert werden müssen, dass das nicht schlechter ist, als wenn das ein Mensch tut. Es ist sogar vielleicht besser. Genau. Also da sehen wir das ganz klar. Ja, stimme ich dir total überein. Ich hatte eher so an Entscheidungen für Beförderungen gedacht oder Einstellungen. Und da war bisher mein Eindruck, dass die Modelle einfach nicht gut genug sich anpassen können auf den größeren menschlichen Kontext, der vielleicht in den Daten nicht ganz so abgebildet ist. Ja, das wäre ja auch so ein bisschen, ich sage mal, die Spotify-These, dass ich kriege immer nur more of the same sozusagen. Sondern also, wenn ich immer finnischen Tango höre, werde ich wahrscheinlich keinen französischen Chanson vorgeschlagen bekommen. Es sei denn, alle, die finnischen Tango hören, wollen auch französischen Chanson hören. Das spricht dich gegen finnischen Tango. Sehr gut. Absolut, absolut. Aber also wäre das so die Überlegung, dass Frauke sozusagen die historischen Daten oder die große Masse, die vielleicht da ist, also dass so Disruption und wirklich out-of-the-box-Denken für KI dann schwierig wäre? Oder kann das nicht KI vielleicht auch? Ich denke, das kann es schon auch. Das kommt ein bisschen darauf an, wie diese Modelle gebaut sind. Aber die Architekturen, die bisher so am Werk waren, waren dafür eher ungeeignet jetzt. Gibt es denn in eurem Arbeitsalltag, um es vielleicht mal doch wieder so ein bisschen zurückzubrechen auf das Jahr 2023 und das, was heute schon geht und das, was heute wirklich realistisch ist, tatsächlich ganz konkrete Prozesse, wo ihr generative KI unterstützend nutzt? Ja, jede Menge. Also Christian, wenn wir das anschauen, dann haben wir alle diesen Chat-GPT vor allem als Sprachbot irgendwie gesehen. Die meisten haben damit rumgespielt und natürlich sind unglaublich viele Ideen erstmal entstanden, um zu sagen, naja gut, mit dem kann ich jetzt besser kommunizieren, dann nimmt man diese Sprachschnittstelle weg. Also statt in ein Google-Suchfeld irgendwie drei, vier Begriffe einzutippen und mich dann aus einer Liste da mühsam fortzubewegen, kann ich dem das einfach erzählen und so weiter. Das wird immer besser. Das wird auch multimodal. Das heißt, das geht nicht nur über Sprache, sondern es geht eben auch mit Bildern, es geht mit Videos. Das ist erstmal das, was offensichtlich ist. Viel fundamentaler ist aber, was sich dahinter stellen kann. Und das sind zum Beispiel die Prozesse in Sales, die Prozesse im Marketing, die Prozesse in der Entwicklung, die Prozesse in der Produktion. Also überall da, wo eigentlich digitalisierte Daten vorliegen, wo jetzt dieser Sprachalgorithmus nur als Interface genutzt wird und dahinter kann die KI aber wesentlich komplexere Aufgaben machen. Und man darf auch nicht vergessen, das ist ja erstmal nur das Modell, was die Kommunikation macht. Aber ich kann dazu eben über Plugins auch beliebig viele neue Fähigkeiten mit einbauen. Zum Beispiel eine Dokumentation, eine Spezifikation lesen und verstehen mit vielen hundert Seiten. Und eine Sekunde später tatsächlich, wie ein Mensch, der fünf Jahre etwas studiert oder erprobt hat, diese Spezifikation anwenden. Und das sind die Dinge, die eher unter der Motorhaube ablaufen und die aber noch einen wahnsinnigen Input haben und Veränderungen in die Unternehmensprozesse reinbringen. Bei uns an der Uni gibt es viele Beispiele auch. Kollegen an der University of Michigan haben die generative KI jetzt genutzt, um rund um die Uhr einen Tutor, eine Tutorin für Statistik 1 Vorlesungen anzubieten, die sozusagen nachtrainiert wurden mit dem entsprechenden Lehrmaterial der letzten Jahre und den Lehrbüchern, die da verwendet werden. Den hätte ich übrigens auch gebrauchen können. In unserer eigenen Forschung wenden wir es an, um Softwarecode zu schreiben, zumindest mal eine erste Version. Es läuft euch oft nicht fehlerfrei, aber die Fehler zu finden und zu bereinigen, geht durchaus schneller, als wenn man das von vornherein selbst programmieren würde. Also das sind so zwei konkrete Beispiele, in denen ich das sehr erfolgreich gesehen habe in der Nutzung. Christoph, wo hast du im Alltag zuletzt tatsächlich irgendwie so eine Technologie eingesetzt? Also wir spielen zum Beispiel gerade daran, dass wir Spezifikation für ein Produkt nehmen, automatisiert und dann übersetzen lassen, etwas, was man testen kann. Das heißt, wie kann ich herausfinden, ob die Software, die dann daraus geschrieben wurde, funktioniert. Und natürlich dann auch die mehr oder weniger automatische Kreierung der Software selber. Das heißt also, in diesem ganzen Produktentstehungszyklus ist es bei uns schon mittendrin. Und das sind auch sehr vielversprechende Elemente dabei. Das ist noch nicht so, dass das alles voll automatisiert geht. Also da muss noch ein Mensch drüber schauen. Aber da sehen wir ganz klar, dass wir hier große Sprünge machen können. Und wo ich es eigentlich ständig sehe, ist schon im Kundendialog. Also das heißt, wo irgendein Support da ist, wo irgendein Chatbot mit mir Informationen austauschen möchte. Und es geht so gut, dass man für sehr, sehr komplexe Produkte wie irgendein Maschinenbauteil dann eben fragen kann, sag mal, ich habe dieses Bauteil bei dir gekauft. Wie kann ich denn mit welchem Schmiermittel kann ich das denn betreiben? Und was gibt es für Anforderungen und so weiter? Also sehr komplexe Dinge, die früher ein Support-Mitarbeiter gemacht hat. Das sehen wir eigentlich schon lange im Alltag. Das sind so die konkreten Dinge. Aber wenn man so ein bisschen rauszoomt, und das habt ihr auch schon angedeutet, dann schwingt da auf jeden Fall auch viel Optimismus und auch Hoffnung mit, würde ich sagen. Und der schon gehörte und von mir zitierte Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg, der geht auch davon aus, dass Deutschland durch seine industrielle Basis, die ja ohne Frage vorhanden ist, auch international durchaus beneidet wird, dass Deutschland da ziemlich gut aufgestellt ist und aus seiner Sicht eine effektive Verbindung von KI-Technologien zu einem Wertschöpfungsmodell in Deutschland führen könnte, bei dem sich viele andere Staaten wahrscheinlich noch umgucken werden. Seid ihr da ähnlich optimistisch? Also bin ich auf jeden Fall. Ich habe mit Enzo am IAB lange zusammengearbeitet und kann das wirklich total nachvollziehen, was er da beschreibt und würde das auch ähnlich sehen. Ich habe bei vielen dieser Entwicklungen auch das Gefühl, dass wir uns ein bisschen zögern zu starten, aber wenn wir es dann tun, sehr solide, dass dabei rauskommt. Diese Hoffnung habe ich auf jeden Fall. Ja, ich denke auch dem deutschen Ingenieur ist ja alles zuzutrauen. Und ich glaube, das ist eben der Unterschied zwischen einem reinen Produkt, was in der Softwarewelt lebt, was erstmal hier vielleicht irgendwas im Internet kann oder einem physischen Produkt, also wo ich wirklich eine Hardware habe, wo ich irgendwas im realen Leben damit verändern kann. Und ich glaube, diese Stärke, dass wir fachlich gut drauf sind, dass wir wissen, wie man Dinge wirklich in eine hohe Qualität bringt, das kann sich auch hier wiederholen. Jetzt habt ihr in euren jeweiligen Arbeitsbereichen ja viel Expertise. Das hat man, glaube ich, auch in diesem Gespräch schon zumindest ansatzweise spüren können, obwohl man natürlich ja zeitlich auch ein bisschen begrenzt ist in so einem Podcast-Gespräch. Aber in eurem Podcast wiederum trefft ihr ja auch immer wieder auf unterschiedliche Gäste und Gästinnen und Expertinnen und Experten. Gibt es da auch manchmal Perspektiven, die euch total überraschen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben da alle so unsere Lieblingsepisoden für Digitalisierungsanwendungen, Bereichen, über die man vorher nicht so nachdenkt. Mir ging das so, als wir Beispiele aus der Landwirtschaft oder gerade Landschaftsarchitektur gehört haben. Ich weiß nicht, Christoph, was bei dir die größte Überraschung war? Das ist wahrscheinlich immer noch die Folge, in der wir Chat-GPT als Studiogast hatten. Wir waren der erste Podcast in Deutschland, der das mal einfach gemacht hat. Wir haben sofort gesagt, ja gut, laden wir den doch mal in den Podcast ein. Und es war dann so ein bisschen so wie erwartet, also auch oft ausweichen, was an Antworten kam. Aber an ganz vielen Stellen war es einfach schon fast gruselig gut, weil wir festgestellt haben, na gut, man kann sich unterhalten, man kann auch schon mit der alten Version, das war die Chat-GPT-3er-Version, heute sind wir schon wieder viel weiter, da kann man einfach tatsächlich anfangen in einer ganz anderen Qualität mit so einem Algorithmus zu sprechen. Wir waren uns nicht ganz sicher, ist es ein Er, ist es ein Sie, ist es ein Es? Also es war schon über dieses Uncanny Valley drüber. Das Uncanny Valley ist ja so, dieses Thema, wenn Roboter oder Maschinen uns zu ähnlich sind und wir merken, das passt doch nicht so ganz. Aber wir konnten uns wirklich voll drauf einlassen und ich glaube, das hat einfach gezeigt, dass unsere zukünftige Welt einfach bevölkert sein wird, nicht nur mit Menschen und mit Haustieren, sondern auch mit Rasenmähern, automatischen und Robotern, die sich mit uns unterhalten und Chat-GPT. Das kann ich übrigens, glaube ich, als Kompliment zurückgeben, denn als ihr das gemacht habt, war es noch nicht so überstrapaziert. Irgendwann später hatte ich so das Gefühl, dass dann jeder Journalist, der irgendwie eine Anmoderation zu Chat-GPT bringen musste, gesagt hat, ah, das hat Chat-GPT mir übrigens geschrieben. Das konnte ich dann irgendwann im Frühjahr diesen Jahres nicht mehr hören, aber genau, ihr wart da sehr, sehr früh und ich fand das auch sehr innovativ und das vielleicht mal ganz am Ende so unter Podcasterinnen und Podcastern die Frage, was hat euch denn damals eigentlich dazu gebracht, mit dem Podcast anzufangen? Das ist ganz einfach. Wir wollten eine Selbsthilfegruppe zum Thema Digitalisierung gründen. Seid ihr da schon weitergekommen? Ja, ja, und wir haben schon auch die nächste Stufe jetzt auch schon wieder am Zünden. Also, das war damals wirklich so, Digitalisierung, wir haben uns gesagt, wir können nicht immer nur darüber reden. Lass uns doch mal bitte ausprobieren, wie das geht, dasselbe zu schneiden, dasselbe aufzunehmen, das auf digitalen Plattformen zu veröffentlichen, mit digitalen Audio-Tools automatisch transkribieren zu lassen und so weiter. Und da ist auch viel passiert in der Zeit, das sind jetzt sieben Jahre, dass wir das machen. Wir haben das gleiche Gefühl gerade wieder mit dem Thema KI. Also, jeder redet drüber, jeder hat schon mal auf OpenAI ein bisschen Chat-GPT ausprobiert oder auf Bing. Oder Bart. Aber wer hat es denn tatsächlich jetzt in Anwendung zu Hause? Wer schreibt denn darüber seine E-Mails? Und das ist so das nächste Projekt, was wir vorhaben, uns einfach damit auseinanderzusetzen, so und jetzt mach mal, zeig mal, wie das geht. Ich will mal meine eigene App schreiben oder ich will mal wirklich was produzieren und was Gutes machen. Wie kann es mir dabei helfen? Aber Stuttgarter Eis hat auch eine Rolle gespielt beim Start. Ja, das Kulinarische muss immer dabei sein bei mir. Genau, worauf der Anspitz ist, dass wir wirklich die besten Ideen eigentlich immer haben, wenn man zusammensitzt, in diesem Fall für den Podcast in der Eisdiele und dann sagen, okay, warum nicht? Warum nicht einfach machen? Das heißt, ein Eis-Podcast von euch beiden ist auch nicht undenkbar? Absolut. Ja, und da steht auch eine tolle Eismaschine hier. Also, das ist dann ein Projekt, aber wahrscheinlich für den Sommer, lieber Christian. Und auf Topic, Lieblings-Eissorte ist natürlich schwer, aber... ganz klar. Frauke, du erstmal. Pistazien. Pistazien, so ist es. Am Pistazieneis kann man, alte Regeln, kann man immer erkennen, wie gut die Eisdiele ist. Also, insofern Pistazien. Um da doch nochmal den wirtschaftlichen Aspekt am Ende reinzubringen, ist es nicht so, dass zumindest so diese Urban Legend, dass Pistazieneis sich eigentlich nicht lohnt für die Eisdielen, aber eben so viele Leute anzieht, dass sie es deswegen trotzdem anbieten, weil die Zutaten halt so teuer sind? Also, sprich, Pistazien? Also, ich habe keine Ahnung, wie die Kalkulation von so einer Eisdiele ist, aber wenn ich mir eine Tüte Pistazien kaufe und überlege, wie viel ich da brauche, könnte das sein, lieber Christian. Also, finden wir raus, machen wir eine Folge draus und fragen mal JetGPT, wie das so ist mit dem Pistazieneis. Frauke Kreuter und Christoph Horn hier im Brandeins-Podcast zum Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Pistazieneis. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Danke, Christian. Danke. Den Podcast Dick Deep, Neues aus der digitalen Welt von und mit Frauke Kreuter und Christoph Horn findet ihr auf der Webseite der Brandeins oder auf dickdieb.de und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Ebenso wie zu den erwähnten Folgen die Links mit Enzo Weber und Nils van Quakebeke. Mit den beiden habe ich ja für diesen Podcast hier zu künstlicher Intelligenz und ihren Auswirkungen auf die Arbeitswelt gesprochen. Solltet ihr den Brandeins-Podcast mögen, dann folgt uns doch bitte, wo auch immer ihr eure Podcasts hört, bei Google Podcasts, das standardmäßig auf den meisten neuen Android-Telefonen vorinstalliert ist und immer noch der wichtigste Podcast-Player von Google, geht das ganz einfach, indem ihr Brandeins-Podcasts sucht und oben links auf das Plus bei Abonnieren drückt. Dann könnt ihr euch noch aussuchen, ob neue Folgen direkt runtergeladen werden sollen und ob ihr dann auch bei neuen Folgen benachrichtigt werden wollt. Wir danken euch auf jeden Fall, wenn ihr uns folgt und wenn ihr uns danken wollt, dann schaut doch mal auf detektor.fm slash danke. Da findet ihr nämlich alle Möglichkeiten, uns eine Freude zu machen. Auch den Link gibt es natürlich in den Shownotes. Ich bin dann einfach kommenden Freitag wieder hier in diesem Podcast am Start und würde mich freuen, wenn wir uns dann wiederhören. In diesem Sinne, bis dahin. Der Brandeins-Podcast Wirtschaft anders denken Jede Woche bei detektor.fm Der Brandeins-Podcast wird produziert vom Podcast-Radio detektor.fm Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Katja Stamm in Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brandeins-Magazin Moderation Christian Bollert hearts iers Ravi Ziegert Ziegert Vamos W Ziegert 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 ... Vielen Dank.